Musik ... und den Rückweg, den du jetzt trainierst, mit unterschiedlichen Werten. ...zwar therapeutisch ansetzen, das ist mir ganz wichtig. Die Pflege möchte nämlich den Patienten wieder dahin bringen, wo er letztendlich vor der akuten Erkrankung war. Wir wissen seit Jahren, wenn ich älter werde, werde ich pflegebedürftig. Wir wissen, was da auf uns zukommt und wir reagieren. Also wir sind ja alle das beste Beispiel. Alle, die wir hier stehen, die reagieren gerade auf eine Situation, die uns über den Kopf wächst. Und wir wissen, wenn ich erstmal die Rückenschmerzen habe, dann bin ich zum Teil auch in der Präventionsgruppe nicht mehr richtig aufgehoben. Dann ist es oft zu spät. Herzliche Grüße an alle, die heute beim Gesundheitstag für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Pflege in Frieden mit dabei sind. Sie, liebe Pflegekräfte, kümmern sich tagtäglich um die Gesundheit anderer. Die eigene Gesundheit sollten Sie dabei aber nicht vergessen. Ich hoffe, Sie genießen den Tag heute und nehmen für Ihre eigene Gesundheit viel mit. Viele Grüße hier aus Berlin, aus dem Reichstag, nach Frieden. Man könnte fast meinen, dass er hier gewesen ist. Also das bestes Fazit haben wir nicht haben können. Und tut mir einen Gefallen, bleibt alle gesund. Vielen Dank. Vielen Dank.